Hallo, ich bin heute in einer etwas ungewohnten Position, möchte ich euch aber gerne unser Findelkind vorstellen. Das ist der Punky, der ist jetzt knapp vier Wochen alt, ist von seiner Eltern verstoßen worden und wir kümmern uns ein bisschen um ihn, zur Zeit braucht er noch relativ viel Schlaf und viel Wärme und ich glaube am besten gibt man ihm die, wie das seine Mama machen würde. Ich werde mich in den kommenden Tagen bei euch noch melden und ein paar Videos raufstellen, um zu zeigen wie es uns so geht. Solltet ihr Fragen haben, dann bitte schreibt einfach drunter und ich versuche die möglichst zeitnah zu beantworten, ehe meine Priorität ist halt zur Zeit ein bisschen anders. Bis dann, tschüss.